Es freut mich ganz, ganz außerordentlich, dass wir bereits zum Beginn der neuen Saison zwei neue Partner begrüßen dürfen an Bord des SK Rapid. Das ist uns eine außerordentliche Freude und wollen wir unsere Dankbarkeit auch zum Ausdruck bringen. Auf der einen Seite darf ich begrüßen beim SK Rapid als neuen Teampartner den McDonald's-Franchise-Nehmer Harald Mascherlich mit seinen Fünf-Rester raus, der uns hier tatkräftig unterstützt. Das Herzstück, wenn ich das so sagen darf, unserer Kooperation wird auch sein, dass in seinen Fünf-Rester raus die Möglichkeit besteht, bei vier Heimspielen Teil der Rapid-Fußball-Escorte zu sein. Das wird folgendermaßen funktionieren insofern, als dass man über das Happy Meal mit dem Ex-Sandy um nur fünf Euro die Möglichkeit hat, dann auch an der Verlosung für 22 Escorte-Teilnahmekarten teilzunehmen. Die Termine werden wir dann selbstverständlich auf unserer Homepage dann auch publizieren und somit veröffentlichen und für alle nachvollziehbar machen. Ich denke, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte und freue mich daher sehr über diese Kooperation. Ebenso neu am Board beim Esker Rapid darf ich begrüßen, einen neuen Fashion-Partner, nämlich die Firma Bugatti. Sie wird für die kommenden zwei Saisonen als unser Fashion-Partner zunächst, und ich hoffe sehr auch länger, bei uns an Board sein. Die Abwicklung bzw. die Koordination wird über die Firma Wagner Glass Corporate Fashion laufen. Ein großes Dankeschön an den Nico Fastuber von Bugatti für die Kooperation und den gemeinsamen Weg, den wir beschreiten, und bei der Firma Wagner Glass Corporate Fashion an den Herrn Viktor Wagner für die Zusammenarbeit. Sie werden eine wunderbare Ausstattung im formellen Bereich wie auch im Casual-Bereich sehen, in Werbeleistungen wie Bandenwerbung, Spieltagspromotion etc. Wir planen auch gemeinsam im Zuge unserer Kooperation eine eigene Rapid-Kollektion, die dann auch im Handel entsprechend zu erwerben sein soll. Also man darf gespannt sein, das wird sicherlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und erlauben Sie mir nur abschließend einmal mehr die Betonung unseres Grundsatzes. Warum tun wir all das, damit wir selbstverständlich bestmögliche Rahmenbedienungen für den Sport und die Infrastruktur zur Verfügung stellen können? Wir wollen erfolgreich Fußball spielen, dazu braucht es die wirtschaftlichen Grundlagen. Daher, wir spielen nicht Fußball, um Geld zu verdienen, sondern verdienen Geld, um möglichst erfolgreich Fußball spielen zu können. Das ist ein wesentlicher Grundsatz.